sind wir hier in amerika laut? wir sind in amerika und damit geht es weiter mit der nächsten runde trouble in terrorist town und wir sind wieder, ne wir sind jetzt nur noch zu fünft wir sind jetzt nur noch zu fünft. bei mir lädt die map wir ja nicht. hast du deine optionen umgestellt, dass du die maps runterlernen kannst? hat der hervorragende zeit. geh mal auf optionen und other und dann stell ein, dass du die ich mach nächste runde oder übernächste vielleicht. ok. oh ich sehe toiletten, das ist die perfekte ordnung für mich dann nicht festzubangen. oh ja, wo sind die toiletten? hallo? äh, wo oben? die da? ja du stehst doch direkt davor. ja jetzt bist du dran. ja. also hier ist ein aufrecht. aber die spiegel, alter, die spiegeln halt echt wahnsinn. echt? nicht vielen spielen so, ja. ich erschreck mich ein bisschen vor die schaufenster, die sehen halt so echt aus teilweise. weil die oben in diesem waffenladen habe ich mich wieder erschrocken. ich dachte da steht irgendwie jemand mit einem anderen skin auf einmal. das war halt schon weird. oh buggy. so, und nu? und nu? piu piu. finish it. ach, ich bin ja hier. wer steht denn da? ich bin halt used in bolt, das hab ich vergessen. oh. wo seid denn hier, ey? ja ich hab so das gefühl, die map ist ein bisschen groß, oder? fuck. aber der trader hat halt den vorteil des radars. na, würde ich nochmal so empfehlen. also komm. das war das problem. das ist, man kann nämlich immer alles kaufen, durch die klassen gehen. ja, radar kann man immer kaufen. oh, ja der Finn, der Finn, der treibt sich hier wieder an den dubiosesten Orten rum, ne? geht sofort zum adult only bookshop und videos, ne? ja. weißt du warum ich hier bin? ja, ja, ja. und meine gags beschreiben, inspirationsversuchung für das hierbo. haha, okay, ja. aber Finn, guck mal, guck mal. guck mal, wir haben schon abgeschlossen, ich wusste schon, dass du kommst. schau. ja. geht nicht auf. die wissen halt immer, dass ich ohne geld komme und die dann einfach ausnutze, das ist das problem. ohne gag oder ohne geld? ich hab's gerade, ich konnte es gerade nicht so leicht, nicht so ausmachen. ja, ich versuch immer mit Gag zu bezahlen, weil es ja auch mit G beginnt, aber funktioniert meist nicht so gut. na dann. also zwei Trader, drei, wow. wer, hä? was? von wo wurdest du getroffen, Milan? hä? von da drin oder was? okay, ne Lemon. holy shit. aber bist du so verletzt? okay. 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 da fällt mal die Elise. Mathematik. einfach alle überall aufschießen. ja. Alter. ich hab' die kack Waffe, ich hab' die nicht getroffen, ey. hast du die Biest gehabt? äh. Mathematik, ne der erste Low, den anderen muss ich halt irgendwo machen. und René sagt auch nicht so. das hat wirklich Low ist, oder? wartet mal kurz, ich muss mal ganz kurz hier Admin-Spiele reinmachen, und zwar ... ich muss mal ganz kurz hier Admin-Spiele reinmachen, und zwar ... Heut?! ein Trader. oh. jetzt sind wir ja unpredictable. da hat den Tradern zwar auch grad nicht geholfen, zu zweit zu sein. jetzt waren auch die dummsten Schmacken. Traitor, das ist das Problem. ohohohohohohohoЯ. uin. auch Trader. schiefst du. ja du warst Jacker. da gibt es ja Spiel daheim. huiiii. Okay, ich gehe ja schon. Alles okay, alles okay. Ey, da liegt ein Geschenk. Boah, Tetris, das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Wow. Jawohl, viel Spaß. Nee, Tetris. Elise. Hallo. Hi. Funktioniert die Rolltreppe? Ey, die Rolltreppe funktioniert ja, wie cool. Ja, Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Dieses Mal mega schnell. Jo, boah. Hier zeigt es, bei Mortal Kombat ändert sich ja wirklich der Text von den ganzen Sprechern. Jo, Gennel, was geht ab? Raus den neuen Zelt. Ich habe Tresen, will ich mal was kaufen? Wollte eine Dose kaufen? Wollte eine Dose kaufen? Nein, wir haben den Kast durchschmissen. Was war das jetzt? What the heck? Okay, der Zeltladen wurde geräumt. Stirb! Was zur Hölle, Hölle? Könntest ja nur du gewesen sein. Ja, leck. Arsch. Schweinerei. Ich wollte Rosen verkaufen und dann wird ihr gelasert. Wieder guckt ihr so ein Interface an, ob so alles in Ordnung ist, als ITler. Ja, warte. Hast du das? Ach nee, das sind das überhaupt nicht. Ich habe es gesehen, weil ich bin recht tätig. Junge, Junge, Junge. Spricht der. Was ist denn los hier? Das ist ja mal interessant. Also, hm. Hm. Mit der Golden Deagle darf ich nur für mich richtige Gegner töten. Na? Also, wenn ich jetzt als Inno einen Inno töte, dann sterbe ich. Äh. So. Jetzt. Jetzt, äh, kommt das Lustige dabei. Oh. Der war aus. Was? Sorry. Hallo? Hallo? Ich habe auch so einen Release im Gebiet. Ich habe, Mann. Enno, komm. Ja, das Problem ist. Komm. Komm, wir geh selbst an. Komm. Ich möchte es echt mal probieren. Du bist Inno? Komm. Okay. What? Er ist tot. Aber ich verspreche euch, ich bin kein Trader. Jetzt bin ich doch Trader. Ich war Unknown. Survivalist ist ja nicht zwingend. Ist ja kein Trader, ne? Ne, Survivalist ist immer Inno. Okay. Ja, dann mit Unknown, dann ist es scheißegal. Dann kannst du halt schießen wie Nulls. Oh, versteck dir auch in der Wand, René. Ich hatte eine Harpune und wollte es abfahren. Und irgendwie habe ich Lisa getroffen. Andaki, würde ich sagen. Was ist ja die Beste? Oh, Wahnsinn. Oh, nice. Mittealterlicher Twitch. Was? Ich habe gerade meine Ehrungstufe 5 bekommen. Der ist fast so selten, ne? Ich habe gerade Ehrungstufe 5 bekommen. Mittealterlicher Twitch. Mittealterlicher Twitch ist einer der seltensten. Es gibt es, das weißt du schon, ne? Das weiß ich nicht. Jetzt weiß es. Der ist fast so selten. Oh, ich habe den grauen Warwick gekriegt. Wird der alterlicher Twitch? Alter, nice. Aber jetzt bin ich wieder zum Beispiel Junkie. Ich habe keinen Cannabis. Das gibt es gar nicht mehr, Kugel, ne? Der ist fast ewig lang gefahren. Ich habe nie für so viele... ...geschenke gegeben. Wow. Alter, nice. Ich habe gewohnt. Ich habe keine Sache. Finn, probiere mal dein Glück am Geschenk aus. Was? Ich habe das alles anders gemacht. Und? Hützuzuz? Ah, das ist elf. Ja, das Gewehr ist benutzt. Ah, das ist elf. Bist du elf? Äh. Das sind irgendwie zu viele Leute gerade irgendwie... Ja, entweder er ist elf oder er ist halt, äh, Trader und hat sich ein Geschenk gekauft. Ja, ich... Und hat es dann halt kaputt gemacht. Ich habe halt gerne Geschenke. Du kannst mich ja töten. Ich habe einen Drachenlord reinwerfen, Alter. Alter, das ist ein Möbelgeschäft, ist der Edel. Ja, ich verkaufe auch einfach ganz Kamin. Ja, was schießt. Feinste Möbel. Ich habe Fettzer kaputt gemacht, damit ich durch die Tür her kann. Im Kleidungsladen. Alter, alle befiehen für mich zum Waffenladen. Das ist ein schlechtes Zeichen, oder? Oh mein Gott, Jesus mit der Brechstange. Im Waffenladen. Geil. Nicht der einzige Jesus hier. Es gibt drei mittlerweile, glaube ich. Drei Jesuses. Hey, guck mir nicht so böse an. Oh, oh, was ist das? Ich guck mir die ganzen Klamotten an, Digger. Ja, ja, ja. Ja? Eie, ja, ja, ja. Das ist eine böse Diegel. Ich verstecke mich. Ja, super blöd. Easy. Alter, was war das? Easy, super blöd. Ich erschrecke mich jedes Mal von den CT hier in dem Waffenladen. Oh. Autsch. Ich bin runtergefallen. Wieso die Kamera? Ist gerade einer gestorben? Nee, ne? Ich habe nichts gehört. Oh, Kielett von dem. Ist das ein Trailer, Job, Schatz? Ja, genau. Hm. Schon wieder? Das war nicht so auffällig ruhig. Die Yuki-Triva ist gestorben. Und wieder haben wir da? Ich bin noch da, ja. Und Yuki nicht mehr, richtig. Hm. Da hat jemand gleich schon weg von dem? Weiß ich nicht. Ich bin hier oben. Hier oben sehst du mich. Ich bin, ich bin beide, ich bin beide Toiletten. Hm. Da wegen ist es so ruhig. Der ist tot. Der Yuki habe ich jetzt auch nur irgendwo entdeckt. Ah doch, hier liegt sie. Der Yuki wurde erschossen. Na, was ist, nichts gewesen, das Survivalist. Ah, hier, das Spiel sagt es wieder, ne? Leichter lassen. Der aktiven Leser. Ich finde es so nett, dass das Spiel so erinnert, dass wir euch daran erinnern, dass ihr liken sollt. Das finde ich cool. Oh Gott, hier ist einfach ein ganzer Raum voller Spiegel. Tanz, Tanzsaal oder was? Vielleicht für ein bisschen Ballett oder so. Äh. Hallo. Hi. Ich muss die Tür einfach wieder zu und lasse dich hier weiter in Frieden. Das ist mit. René, du kriegst einen Orden von mir. Du kriegst einen Orden von mir. Ich bin in der Konversation mit Milan. Bub, du hörst einen Toten. Könntest ja mal fragen, ob ich vielleicht tot bin. Machst du nicht. So, er sagt, er ist Survivalist, ne? Entdeckt selber Yuki als Survivalist. Ich meine, what the fuck? Leute. Ja, genau. Oh, ich weiß nicht, weil ich mir dann gedacht habe, um ehrlich zu sein. Weil ich mich richtig richtig mitbekommen habe. Ach du Scheiße, Digger. Gerade hier liegt auch eine Golden Eagle. Sie ist ja mal hart gemoddet. Oh, Junkie. Hast du Cannabis dabei? Ne, leider nicht. Hm. Schon weggeraucht. Sorry. Ja, aber ich hätte Spaß hier an Cannabis. Das war halt mega komisch. Und dann kriegt man nur Cannabis als Junkie, wenn man Traitor ist. Ich weiß ja nicht, was Cannabis macht. Ja, ich weiß es halt auch nicht. Das ist das Problem. Mich viel interessiert es halt. Ine, me, ne, mu. Aus medizinischen Gründen, ne? Natürlich. Ich meine, das ist Beruf, ne? Ich möchte gerne... Denkwadig für alte Leute, ne? Ist das sehr hilfreich. Es ist ja wieder mehr... Ich meine, das ist halt wieder der Typ, der... Das hat wieder Krankenpfleger, der 100 Jahre gebracht hat, aus Langeweile im Krankenhaus. Ja, der Jesus, Mann. Ich bin kein Jesus, glaube ich. Aber der Rest. Wie, der Rest? Hallo? Nein, der Schüße. Komm, gleich noch. Wo? Wir lesen es. Oder weißt du das? Wenn er tot ist. Ähm, nee, hat er gegründet. Den Hoffen ge... Schossen? Elisa, lebst du noch? Okay, hast du ihn schon gefallen? Hä? Mann, ey. Woher ich das weiß? Weil er mir den Melen gedrückt hat. Ich denke mir, stellst du vor, oder wäre das gar nicht der Fall? Eieieiei. René versucht sich auch nie zu verteidigen, so wenn jemand sagt, René ist das oder so. Können wir einfach schweigen. Wir weißt ja gleich Bescheid, ne? Äh, voll überfordert man. Hehehehe. Auf den Schock, einfach ein paar Leute natürlich. Hehehe. Hehehe. Deswegen, als ich in der Zone einfach die Dings erschossen hab, den, den Zwell, einfach weiter quatschen. Das merkt keiner. Einfach weiter quatschen. Ja, weil halt keiner fragt, ne? Ja. Weißt du? Ist da jemand gestorben? Hehehe. Da ist doch jemand gestorben. Ne, ich hab nix gehört. Okay. Alles klar. Oh, unglaublich. Oh mein Gott, wir haben einen Traitor. Das war ein Traitor. Das muss dringend ein Traitor sein, das können auch andere Leute machen. Das ist der Hacker oder? Der Hacker. Ja, der Hacker oder ein Traitor. Oder es gibt verschiedene, die das machen können. Okay, ich glaube, der Reni hat Bananen. Ja, Alter, ich weiß nicht, wie das so funktioniert, Mann. Vor allem, ich hatte einfach nur auf der Fahrt gegen Kreuzchen mit Huck gefahren. Ja, hab ich die Runde nicht gemacht. Wow, geil. Ja, und ich hab's mir am Kopf geworfen, was alles passiert. Oh. Schon abgedreht, ey. Jo, ich glaube, das war jetzt unsere schnellste Runde, oder? Das war eine sehr gute Folge. Jo. Dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Wir würden uns ein bisschen freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und abonnieren. Und, ne, ja, genau. Tschüss. Und kommentieren nicht vergessen. Tschüss. Ja. Kommentieren. Danke. Ich bin froh. carb500 parent fall Tribe. Deswegen. Nein. Ich bin froh. Ich bin froh. w Naruto.